Stell dir vor, du gehst durch einen Spiegelsaal. In jedem Spiegel siehst du ein anderes Bild von dir selbst, mal schmeichelnd, mal verzerrt. Ähnlich ist es mit Narzissmus im Alltag. Er präsentiert sich in vielen Facetten, mal offensichtlich, mal verborgen. In dieser Einleitung beginnen wir unsere Reise durch die Welt des Narzissmus, einer Persönlichkeitsstörung, die weit mehr ist als nur Selbstverliebtheit oder Eitelkeit. Narzissmus begegnet uns überall, in Beziehungen, am Arbeitsplatz, in der Familie und sogar in uns selbst. Doch was genau ist Narzissmus? Wie erkennt man ihn? Und vor allem, wie geht man damit um? Diese Fragen sind essentiell, denn der Umgang mit Narzissmus kann herausfordernd sein. Er kann Beziehungen belasten, Arbeitsumfelder vergiften und das eigene Selbstwertgefühl untergraben. In diesem Hörbuch beleuchten wir nicht nur die dunklen Seiten des Narzissmus. Wir erkunden auch, wie man sich effektiv davor schützt, wie man gesunde Grenzen setzt und wie man aus den Erfahrungen mit narzisstischen Personen gestärkt hervorgeht. Von den grundlegenden Eigenschaften narzisstischer Persönlichkeiten über die Erkennungszeichen in verschiedenen Lebensbereichen bis hin zu praktischen Tipps für den Umgang mit Narzissen – dieses Hörbuch bietet dir ein umfassendes Verständnis des Themas. Bereite dich auf eine aufschlussreiche Entdeckungsreise vor, die dein Bewusstsein schärft und dir Werkzeuge an die Hand gibt, um in einer Welt voller narzisstischer Spiegelungen deinen Weg zu finden. Lass uns gemeinsam erkunden, wie man in einem Umfeld voller Selbstbezogenheit echte Verbindungen aufbaut und sein eigenes Selbst bewahrt. Bist du bereit, tiefer in die faszinierende Welt des Narzissmus einzutauchen? Dann folge mir in dieses Hörbuch, das nicht nur dein Verständnis erweitern, sondern auch deinen Alltag bereichern wird. Und wenn dir gefällt, was du hörst, denke bitte daran, ein Abonnement zu hinterlassen. Kapitel 1 Grundlagen des Narzissmus Narzissmus ist ein Begriff, der aus der griechischen Mythologie stammt, von Narziss, einem jungen Mann, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebte. In der modernen Psychologie bezeichnet Narzissmus eine Persönlichkeitsstörung, die durch übertriebenes Selbstwertgefühl, ein Bedürfnis nach Bewunderung und einen Mangel an Empathie für andere charakterisiert ist. Zu verstehen, was Narzissmus wirklich ist, bedeutet, über die populären Missverständnisse hinauszugehen. Narzissmus ist nicht einfach nur Selbstliebe oder Eitelkeit. Es ist ein komplexes Muster von Denkweisen, Gefühlen und Verhaltensweisen, die tief in der Psyche einer Person verankert sind. Die narzisstische Persönlichkeitsstörung wird im DSM 5, dem Diagnostischen und Statistischen Handbuch für psychische Störungen, als eine Störung definiert, die sich durch ein Muster von Großartigkeit, ein ständiges Bedürfnis nach Bewunderung und einen Mangel an Empathie auszeichnet. Ein zentraler Aspekt des Narzissmus ist das überhöhte Selbstbild. Narzissen sehen sich selbst oft als überlegen, einzigartig oder besonders an. Dieses aufgeblähte Selbstbild wird jedoch paradoxerweise von einer tiefen Verletzlichkeit und Unsicherheit begleitet. Narzissen können extrem empfindlich auf Kritik reagieren und neigen dazu, ihre Selbstwahrnehmung durch Fantasien der Macht, des Erfolgs oder der Attraktivität zu stützen. Ein weiteres Kennzeichen des Narzissmus ist der Mangel an Empathie. Narzissen haben oft Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen und deren Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen. Diese Empathielosigkeit führt dazu, dass sie oft die Gefühle anderer missachten oder manipulieren, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieser Mangel an Empathie nicht unbedingt aus einer böswilligen Absicht herrührt, sondern vielmehr aus einer tiefen Selbstbezogenheit. Trotz ihres scheinbar starken Selbstbewusstseins sind Narzissen in Wirklichkeit oft von Selbstzweifeln geplagt. Ihr Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung ist ein Versuch, diese Unsicherheiten zu übertünchen. Sie suchen ständig nach Bestätigung von außen, um ihr brüchiges Selbstbild zu stützen. Dies kann sich in einem ständigen Bedürfnis nach Lob, Anerkennung oder im ständigen Vergleich mit anderen manifestieren. Es ist auch wichtig, zwischen gesundem Selbstwertgefühl und pathologischem Narzissmus zu unterscheiden. Ein gesundes Selbstwertgefühl basiert auf einer realistischen Einschätzung der eigenen Stärken und Schwächen und einem ausgeglichenen Gefühl der Selbstachtung. Pathologischer Narzissmus hingegen basiert auf einer übertriebenen und oft unrealistischen Selbsteinschätzung und einem Bedürfnis, andere zu übertreffen oder zu dominieren. In diesem Kapitel haben wir die grundlegenden Merkmale des Narzissmus beleuchtet. Diese Erkenntnisse sind der Schlüssel zum Verständnis der späteren Kapitel, in denen wir uns mit der Identifikation narzisstischer Verhaltensweisen im Alltag, den Auswirkungen auf Beziehungen und am Arbeitsplatz sowie Strategien zum Umgang mit Narzissten befassen werden. Das Wissen um diese Grundlagen ermöglicht es dir, Narzissmus besser zu erkennen und zu verstehen, was wiederum der erste Schritt ist, um effektiv damit umzugehen. Im nächsten Kapitel werden wir uns damit beschäftigen, wie man narzisstische Persönlichkeiten im Alltag identifizieren kann. Kapitel 2 Erkennungszeichen eines Narzissten Nachdem wir im ersten Kapitel die Grundlagen des Narzissmus beleuchtet haben, konzentrieren wir uns nun darauf, wie man narzisstische Personen im Alltag erkennen kann. Die Identifikation narzisstischer Verhaltensweisen ist entscheidend, um sich selbst zu schützen und angemessen zu reagieren. Narzissten sind nicht immer leicht zu erkennen, da sie oft charismatisch und anziehend wirken können. Doch es gibt spezifische Anzeichen, die auf narzisstische Tendenzen hindeuten. Übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung Ein Schlüsselmerkmal Narzisstischer Personen ist ihr übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung und Anerkennung. Sie suchen ständig nach Lob und Bestätigung und sind oft enttäuscht oder verärgert, wenn sie diese nicht erhalten. Ihre Selbstwahrnehmung hängt stark von der Meinung anderer ab und sie neigen dazu, sich in Gesprächen und sozialen Situationen in den Mittelpunkt zu stellen. Mangel an Empathie Wie bereits erwähnt, haben Narzissten oft Schwierigkeiten, sich in andere hineinzuversetzen. Dieser Mangel an Empathie äußert sich in einer Gleichgültigkeit gegenüber den Gefühlen, Bedürfnissen und Wünschen anderer. In Beziehungen kann dies dazu führen, dass narzisstische Personen die Gefühle anderer ignorieren oder manipulieren, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Übertriebenes Gefühl von Wichtigkeit Narzissten haben oft ein übertriebenes Gefühl ihrer eigenen Wichtigkeit. Sie überschätzen ihre Leistungen und Talente und erwarten als Überlegen anerkannt zu werden, selbst ohne entsprechende Leistungen. Sie neigen auch dazu, sich mit hochrangigen oder berühmten Personen zu assoziieren, um ihr eigenes Ansehen zu erhöhen. Neid und das Gefühl, beneidet zu werden. Narzissten sind oft neidisch auf den Erfolg und die Fähigkeiten anderer. Gleichzeitig glauben sie, dass andere sie beneiden. Dies führt zu einem ständigen Vergleich mit anderen und einem Wettbewerbsdenken, das ihre Beziehungen und Interaktionen beeinträchtigt. Arroganz und überhebliches Verhalten Arroganz ist ein weiteres häufiges Merkmal narzisstischer Personen. Sie verhalten sich oft herablassend und überheblich gegenüber anderen, insbesondere gegenüber Personen, die sie als unterlegen betrachten. Diese Arroganz ist ein Schutzmechanismus, um ihre verletzliche Selbstwahrnehmung zu verbergen. Manipulatives Verhalten Narzissten können sehr manipulativ sein, um das zu bekommen, was sie wollen. Sie nutzen oft Täuschung, Lügen und emotionale Spiele, um andere zu beeinflussen. Dieses Verhalten ist besonders in Beziehungen und am Arbeitsplatz problematisch, wo sie andere ausnutzen können, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Merkmale sind Indikatoren, die helfen können, narzisstische Personen in verschiedenen Kontexten zu erkennen. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass nicht alle diese Merkmale gleichzeitig auftreten müssen. Und dass das Vorhandensein eines oder zweier Merkmale nicht unbedingt auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hindeutet. Im nächsten Kapitel werden wir uns damit befassen, wie Narzissmus in Beziehungen zum Tragen kommt und wie man damit umgeht. Kapitel 3 Das Erkennen narzisstischer Muster in Beziehungen ist entscheidend, um sich selbst zu schützen. Typische Anzeichen sind das Ignorieren der Bedürfnisse des Partners, manipulatives Verhalten, emotionales Gaslighting, bei dem die Realität des Partners infrage gestellt wird und ein ständiges Bedürfnis nach Bewunderung. Diese Muster zu erkennen, ermöglicht es, angemessen darauf zu reagieren. Im Umgang mit einem narzisstischen Partner ist Vorsicht geboten. Es ist wichtig, nicht in den Strudel ihrer emotionalen Spiele gezogen zu werden. Setze klare Grenzen und kommuniziere offen über deine Bedürfnisse und Gefühle. Manchmal kann es notwendig sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich zum Selbstschutz von der Beziehung zu trennen. In einer solchen Beziehung kann es leicht passieren, dass du deine eigene Identität verlierst. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, eigene Interessen und soziale Kontakte zu pflegen. Selbstfürsorge und ein starkes Selbstbewusstsein sind unerlässlich, um nicht von der Beziehung vereinnahmt zu werden. Narzissmus kann auch in Familienbeziehungen, besonders zwischen Eltern und Kindern, eine Rolle spielen. Narzisstische Eltern können übermäßig kritisch, fordernd und emotional distanziert sein, was für Kinder eine große Herausforderung darstellt. Kinder narzisstischer Eltern müssen lernen, sich von diesen toxischen Mustern zu distanzieren und ihre eigenen Werte und Grenzen zu entwickeln. Für Menschen, die in einer Beziehung mit einem Narzissen sind oder waren, ist es wichtig, Unterstützung zu suchen. Dies kann durch Gespräche mit Freunden, Familie oder professionelle Therapie erfolgen. Die Heilung von einer narzisstischen Beziehung erfordert Zeit und die Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Narzissmus in Beziehungen eine komplexe Herausforderung darstellt, die ein tiefes Verständnis der Dynamik und Strategien zum Umgang mit narzisstischen Partnern erfordert. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit Narzissmus am Arbeitsplatz beschäftigen und wie man sich in solchen Umgebungen behauptet. Kapitel 4 Narzissmus am Arbeitsplatz Narzissmus am Arbeitsplatz ist ein Thema, das oft unterschätzt wird, aber tiefgreifende Auswirkungen auf die Arbeitsumgebung und die persönliche Karriere haben kann. In diesem Kapitel erkunden wir, wie sich narzisstische Verhaltensweisen in beruflichen Kontexten manifestieren und wie man effektiv damit umgeht. Stell dir vor, du arbeitest mit einem Kollegen oder einer Führungskraft, der oder die narzisstische Züge aufweist. Solche Personen können sich durch ein übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung, ein übertriebenes Gefühl von Wichtigkeit oder durch manipulatives Verhalten auszeichnen. Sie mögen zunächst charismatisch und überzeugend wirken, doch oft entpuppen sie sich als herausfordernd im täglichen Umgang. Sie können Projekte dominieren, die Ideen anderer herabwürdigen oder sogar die Erfolge ihrer Kollegen für sich beanspruchen. Der Umgang mit Narzissmus am Arbeitsplatz erfordert taktisches Geschick und emotionale Intelligenz. Es ist wichtig, professionell zu bleiben und sich nicht auf persönliche Auseinandersetzungen einzulassen. Setze klare Grenzen und kommuniziere deutlich, was akzeptabel ist und was nicht. Es kann hilfreich sein, die Interaktionen mit narzisstischen Kollegen oder Vorgesetzten zu dokumentieren, um bei Bedarf objektive Beweise zu haben. Ein weiterer Aspekt ist das eigene Wohlbefinden. In einer von Narzissmus geprägten Arbeitsumgebung kann es leicht zu Stress und Burnout kommen. Achte deshalb darauf, deine eigenen Grenzen zu kennen und dich nicht in die toxischen Dynamiken hineinziehen zu lassen. Selbstfürsorge und ein starkes professionelles Netzwerk können dabei unterstützen, sich gegen die negativen Auswirkungen des Narzissmus am Arbeitsplatz zu wappnen. Es ist auch wichtig, Unterstützung zu suchen, sei es bei Kollegen, in der Personalabteilung oder bei einem professionellen Coach. Manchmal ist es notwendig, offizielle Schritte einzuleiten, wenn das Verhalten eines narzisstischen Kollegen oder Vorgesetzten die Arbeitsleistung oder das Arbeitsklima beeinträchtigt. Abschließend lässt sich sagen, dass Narzissmus am Arbeitsplatz eine Herausforderung darstellt, die ein bewusstes Management und klare Strategien erfordert. Ein Verständnis für die Dynamik des Narzissmus und effektive Umgangsformen sind entscheidend, um in einer solchen Umgebung erfolgreich und gesund zu bleiben. Im nächsten Kapitel werden wir uns damit befassen, wie man effektiv mit einem Narzissen umgeht, um sich selbst zu schützen und positive Interaktionen zu fördern. Kapitel 5 – Der Umgang mit einem Narzissen Das effektive Umgehen mit einem Narzissen, sei es in persönlichen oder beruflichen Beziehungen, erfordert ein tiefes Verständnis und strategisches Vorgehen. Dieses Kapitel konzentriert sich darauf, wie man sich selbst schützt und gleichzeitig positive Interaktionen mit narzisstischen Personen fördern kann. Der Umgang mit einem Narzissen ist oft ein Balanceakt. Eine der wichtigsten Strategien ist die Setzung klarer Grenzen. Dies bedeutet, deutlich zu machen, welches Verhalten akzeptabel ist und welches nicht. Es ist wichtig, konsequent zu sein und sich nicht von charmanten Versprechungen oder manipulativen Taktiken ablenken zu lassen. Stelle klar, dass respektvolles und faires Verhalten die Basis jeder Interaktion sein muss. Kommunikation ist ein weiteres entscheidendes Element. Wenn du mit einem Narzissen sprichst, sei direkt und sachlich. Vermeide emotionale Ausbrüche, auch wenn die Situation frustrierend ist, da Narzissen oft emotionale Reaktionen ausnutzen, um die Oberhand zu gewinnen. Versuche dich auf Fakten und konkrete Beispiele zu stützen, um deine Punkte zu untermauern. Es ist auch wichtig, Selbstfürsorge zu praktizieren. Umgang mit einem Narzissen kann emotional anstrengend sein. Sorge dafür, dass du genügend Zeit für Erholung und Aktivitäten hast, die dir Freude und Energie geben. Ein starkes soziales Netzwerk kann zusätzlichen emotionalen Rückhalt bieten. In manchen Fällen kann es notwendig sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es durch Beratung oder Therapie. Dies kann besonders hilfreich sein, um eigene Verhaltensmuster zu erkennen und zu lernen, wie man effektiver mit schwierigen Personen umgeht. Zusammenfassend erfordert der Umgang mit einem Narzissen ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, klare Kommunikation und Grenzsetzung, sowie die Fähigkeit, sich emotional zu schützen. Durch diese Strategien kann man lernen, effektiv mit narzisstischen Personen umzugehen, ohne sich selbst zu verlieren. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit den Wegen der Heilung und Erholung von den emotionalen Verletzungen durch narzisstische Beziehungen befassen. Kapitel 6 Heilung und Erholung Die Heilung von den emotionalen Verletzungen, die narzisstische Beziehungen hinterlassen können, ist ein Prozess, der Zeit, Geduld und oft auch professionelle Unterstützung erfordert. Dieses Kapitel widmet sich den Wegen der Heilung und Erholung, um aus den Erfahrungen mit Narzissen gestärkt hervorzugehen. Der erste Schritt in der Heilung ist oft die Anerkennung und das Akzeptieren der erlebten Situation. Dies kann schmerzhaft sein, da es bedeutet, sich den Realitäten einer toxischen Beziehung zu stellen. Es ist jedoch ein wichtiger Schritt, um aus dem Zyklus der Manipulation und des emotionalen Missbrauchs auszubrechen. Erkenne an, dass das, was du erlebt hast, real ist und dass es nicht deine Schuld ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Heilung ist die Arbeit an der eigenen Selbstwahrnehmung und dem Selbstwertgefühl. Narzisstische Beziehungen können das Selbstbild erheblich beeinträchtigen. Arbeite daran, dein Selbstbewusstsein wieder aufzubauen, indem du deine Stärken und Erfolge anerkennst. Positive Selbstgespräche und Affirmationen können hierbei sehr hilfreich sein. Es kann auch hilfreich sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ein Therapeut oder Berater kann dir helfen, deine Erfahrungen zu verarbeiten und Strategien zu entwickeln, um mit den Folgen umzugehen. In einer Therapie kannst du lernen, gesündere Beziehungsmuster zu erkennen und zu etablieren. Die Unterstützung durch Freunde und Familie ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Spreche mit Menschen, denen du vertraust, über deine Erfahrungen und Gefühle. Oft hilft es schon, einfach gehört zu werden. Zudem bieten Freunde und Familie eine wichtige Perspektive und emotionale Unterstützung. Schließlich ist es wichtig, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und Aktivitäten zu verfolgen, die Freude und Zufriedenheit bringen. Dies kann von Hobbys bis hin zu sportlichen Aktivitäten reichen. Solche Aktivitäten helfen nicht nur beim Aufbau eines erfüllten Lebens, sondern auch dabei, sich von den negativen Auswirkungen einer narzisstischen Beziehung zu erholen. Durch diese Schritte kannst du beginnen, die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen und aus den Erfahrungen mit Narzissten gestärkt hervorzugehen. Im nächsten Kapitel werden wir uns damit beschäftigen, wie man ein Bewusstsein für Narzissmus in der Gesellschaft fördert und narzisstische Tendenzen in sich selbst und anderen vorbeugt. Kapitel 7 Prävention und Bewusstsein In diesem Kapitel beschäftigen wir uns damit, wie man ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln und narzisstische Tendenzen in sich selbst und anderen vorbeugen kann. Ein Schlüsselaspekt ist die Förderung eines gesunden Selbstwertgefühls. Ein solides Selbstwertgefühl basiert auf Selbstakzeptanz und der Anerkennung der eigenen Stärken und Schwächen. Es ist wichtig, sich Selbstwertschätzung und Liebe zu schenken, ohne in Selbstüberschätzung oder Arroganz zu verfallen. Aktivitäten, die das Selbstbewusstsein stärken und eine positive Selbstwahrnehmung fördern, wie etwa Sport, kreative Hobbys oder ehrenamtliche Arbeit, können hierbei unterstützen. Die Entwicklung von Empathie ist ebenfalls zentral. Empathie ermöglicht es, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Perspektiven und Gefühle zu verstehen. Dies hilft nicht nur, narzisstische Tendenzen in sich selbst zu erkennen und zu reduzieren, sondern auch, empathischer auf andere zu reagieren. Übungen zur Achtsamkeit und zum aktiven Zuhören können dabei helfen, die eigene Empathiefähigkeit zu verbessern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Bildung und Aufklärung über Narzissmus. Viele Menschen verstehen nicht vollständig, was Narzissmus bedeutet und wie er sich auswirkt. Informationskampagnen, Workshops und Bildungsprogramme können das Bewusstsein und Verständnis für diese Thematik erhöhen. Zudem ist es wichtig, auf Anzeichen von Narzissmus in der Gesellschaft zu achten und diese anzusprechen. Dies betrifft nicht nur das persönliche Umfeld, sondern auch größere soziale Strukturen wie Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Medien. Ein offener Dialog über die Auswirkungen von Narzissmus und die Förderung von gesunden, respektvollen Verhaltensweisen sind entscheidend. Schließlich ist es von Bedeutung, die eigene Resilienz zu stärken. Dies bedeutet, Fähigkeiten zu entwickeln, um mit Schwierigkeiten und Herausforderungen effektiv umzugehen. Resilienz hilft nicht nur, sich gegen narzisstische Einflüsse zu schützen, sondern ermöglicht auch ein erfüllteres und zufriedeneres Leben. Indem man diese Schritte umsetzt, kann man aktiv dazu beitragen, Narzissmus in der Gesellschaft zu erkennen, zu verstehen und ihm entgegenzuwirken. Ein stärkeres Bewusstsein und präventive Maßnahmen können dazu beitragen, eine gesündere und empathischere Gesellschaft zu fördern. Schlussgedanken Die Erkenntnis, dass Narzissmus weit mehr als nur eine Persönlichkeitsstörung ist, sondern ein Phänomen, das in vielen Aspekten des täglichen Lebens präsent ist, öffnet uns die Augen für die Notwendigkeit von Bewusstsein und Verständnis. Es ist klar geworden, dass der Umgang mit Narzissmus, Fingerspitzengefühl, Selbstbewusstsein und oft professionelle Unterstützung erfordert. Die Bedeutung von Selbstfürsorge und der Aufbau eines starken Selbstwertgefühls wurden als wesentliche Faktoren hervorgehoben, um sich in narzisstischen Beziehungen zu behaupten und davon zu erholen. Ebenso wurde die Rolle der Resilienz und der Empathie als Schlüsselkomponenten für den Umgang mit narzisstischen Tendenzen in der Gesellschaft betont. Abschließend möchte ich betonen, dass das Wissen und die Strategien, die in diesem Hörbuch präsentiert wurden, nicht nur dazu dienen, Narzissmus zu erkennen und zu managen, sondern auch, um gesündere Beziehungen zu fördern und ein erfüllteres Leben zu führen. Ich hoffe, dass dieses Hörbuch wertvolle Einsichten und Werkzeuge bietet, um die Herausforderungen, die Narzissmus mit sich bringt, besser zu verstehen und zu meistern. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses Hörbuch dir geholfen hat, überlege bitte, ein Abonnement zu hinterlassen, um weitere Inhalte wie diese zu unterstützen. Danke, dass du dich auf diese Reise begeben hast und mögest du die Erkenntnisse nutzen, um ein bewussteres, stärkeres und glücklicheres Leben zu führen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017